Es sind noch wenige Stunden und dann finden die Wahlen zum Deutschen Bundestag, zu den Landtagen in Brandenburg und Schleswig-Holstein statt. Wir haben viele Monate engagiert gekämpft, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. In den letzten Stunden entscheiden sich immer mehr Wählerinnen und Wähler. Deswegen kommt es jetzt auf unsere Präsenz an. Mit dem Wahlergebnis entscheidet sich, wer zahlt die Zeche für die Krise. Werden es wieder Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Studentinnen und Studenten sein oder werden endlich diejenigen auch zur Kasse gebeten, die die Krise verursacht haben. Es geht um viel an diesem Sonntag. Die Linke hat eine historische Chance. Nutzen wir sie. Wir können bei allen schwankenden Umfragen es schaffen zweistellig zu werden. Wir können ein historisches Ereignis an diesem 27.09. schaffen. Also raus auf die Straßen, raus auf die Plätze, in den letzten Stunden auch rein in die Kneipen, damit wir möglichst viele davon überzeugen, am 27.09. beide Stimmen für die Linke.